Das ist ein Beispiel. Ich würde erst gerne nach Zeit freuen, da etwas weiter draußen, aber wir haben heute leider keinen Sonnenschein. Deswegen mache ich das hier als Modell, um es euch zu zeigen, zu demonstrieren. Oder andere Sachen, zum Beispiel Modelle, Kinderspielzeug, Sonalenergieschweiß, Hubschrauber, Autos, alles ist möglich. Und deswegen, vielleicht wenn ihr mal größer seid und euch einen Beruf auswählen wollt oder eine Studie in Richtung, dann denkt an erneuerbare Energien, an sogenannte grüne Energien. Und vielleicht könnt ihr euch dann gucken, wie einbringend Arbeit in der Branche.